Hallihallo meine lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Letzten bei Kings Quest. So, wir stecken hier mitten im Treibsand. Und... Ich hab's gleich. Wir müssen irgendwie versuchen hier wieder rauszukommen, obwohl Vi uns gewarnt hat, aber wir hatten natürlich wieder... Wir mussten angeben. So. Was ist das da? Jetzt bräuchte ich ein Abenteurerseil. Genau, ein Abenteurerseil. So, wir haben Hagathas Buch. Auf dem Buchdeckel ist die Uhr 5.40 Uhr angezeigt. Jetzt bräuchte ich ein Abenteurerseil. Okay. Ein Schirm und ein Holzrad. Äh... Ich hab's gleich. Äh, warte, warte, warte. Jetzt das Holzrad. Und, und, und was machen wir jetzt? Stillhalten. So wird es nur schlimmer. Nein, nein, nicht wieder runternehmen. Nein, 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 nein. So, was soll die... Was soll das Ganze? Nein! Warte, wir brauchen erstmal den Eimer, glaube ich. Halt. Äh, äh, der Schirm. Schnell. Ich hab's gleich. Ja. Okay, jetzt haben wir... ...einen Eimer, einen Schirm und ein Rad. Eimerstapel. Ah! Jetzt bräuchte ich ein Abenteurerseil. Ich verstehe. Wir wollen uns jetzt auf... ...ausschaufeln, ja. Das dreht sich falsch rum, oder? Ne, jetzt ist es wieder richtig. Was für eine geile Konstruktion. Noch irgendwas? Wir müssten das hier noch irgendwie... ...ingang. ...stillhalten. So wird es nur schlimmer. Haben wir hier noch irgendwas? Irgendwas? Das ist doch total beschwäuert. Wenn ihr glaubt, dass uns diese Logik hilft, träumt ihr wohl. Oh. Du haltest dich fest. Ich glaube, sie steht ja eher so auf Grips, ne? Jetzt gucken wir uns hier erst mal alles an. Das sieht einfach aus. Oh. Zieh. Das schaffst du nicht. Hey. Ich bin gar nicht zum Drücken gekommen. Okay. Wir versuchen mal was anderes. Das könnte schwierig werden. Ähm. Gut. Wir müssen... ...Zahnräder aufbauen. ...Zahnräder aufbauen. Okay. Das obere dreht sich. Ähm. Okay. Hä? Warte mal. Ach so. Das kann ich... ...verschieden... Ah. Warte. Nochmal ab. Ach du Heilige. Das kann ich auf verschiedene Positionen einstellen. Oh. Das ist jetzt nicht so einfach. Jetzt muss ich überlegen. Ähm. Ne, ne. Ähm. Jetzt muss... Also wir hatten erst das Graue. Das können wir... ...bis zu einer gewissen... ...so bis hier hin, ne? ...so. Und jetzt davor... ...das hier. Und dann das... ...ein Stückchen vorschieben. So. So. Gut. Und jetzt noch eins. Und das noch ein Stückchen vor. So. Ich glaube wir haben es gleich. Halt. Und das noch. So. Nee, warte. Jetzt muss ich wieder... ...so. Moment. Jetzt muss ich noch eins zurück. Und jetzt muss ich ganz nach... ...hä? 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 Das ist jetzt doof. Ach nee. Och man. Das funktioniert so nicht. Also das hier geht nicht. So. Das geht. Das geht nicht. Das geht nicht. Also das hier muss als erstes dran. ...hä? So. Das geht. Jetzt probier's einfach mal so. Achso. Ich muss ja einen vor. Ja. So. Dann kommt das. Oder... ...ne? Nee, das geht auch nicht. Dann probieren wir mal das. So. Und jetzt das. Das sieht doch schon mal gut aus. So. Jetzt wieder nach hinten. Oh. Halt. Da war... Ja, das sieht man... Nein. Noch einen nach hinten. Und jetzt wieder nach vorne. Halt. So. Äh. Das ist gar nicht so einfach. Hä? Äh? Okay. Nee, die Kombi geht auch nicht. Aber das... Hä? Ich hab doch eigentlich... ...alles Mögliche ausprobiert. Okay. Alles Mögliche ist vielleicht Untertrieb. Aber das hier geht ja nicht. Das muss das Silberne zuerst rein. Oh Gott. Jetzt häng ich hier an so einem blöden Zahnrad-Rätsel. Das geht. Das geht auch. Das geht nicht. Dann probiere ich jetzt mal das Rote. Ach, halt. So. Jetzt könnten wir das Gelbe. Das geht nicht. Ich hatte die Kombination nicht zufällig vorhin schon mal. Wenn ich jetzt einfach zurück... Wenn ich jetzt einfach zurück... Scheiße. Hä? Bin ich blöd? Das geht doch nicht. Warte, vielleicht brauche ich gar nicht alle. Nein, das geht nicht. Nur das hier geht. Oder? Nein. Warte. Oh Gott. Das geht nicht, ey. Das kann nicht sein, dass ich jetzt so ein dummes Haaren hatte. Warte, das vielleicht dazwischen klemmen? Und dann... Ach nein. Hä? Nee, so funktioniert das auch nicht. Das geht nicht. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, jetzt mal das. Aber hatte ich das nicht auch schon? Ähm... 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 Okay. Das müsste doch jetzt gleich oben sein. Ne, warte mal. Hä? Ich verstehe es nicht. Ah, nee. Ah, nee. Die kann man auch... Nee, die kann man einfach nicht drehen. Das ist der hier. Der muss als erstes hin. Wenn ich den jetzt da einsetze, die stellen sich immer an die Stelle, wo die schon sein sollen, ne? Ja, genau. Das ist hier vorne. Das geht nicht. Nein, der muss weg. So, den Orangen haben wir ja auch gerade probiert. Ist der rote? Oder der silberne? Nee, das gibt's nicht. Was? Das haben wir doch schon. Ich raff den nicht. Ich bin da halb so blöd für. So. Ich den jetzt nochmal abnehme. Und vielleicht... Ah, die muss man... ...untereinander auch noch austauschen. Oh, na endlich. Oh, wie fies. Sand im Getriebe. Ja, ich glaube auch. Ah, schon wieder Kurbelde. Na los, machen wir weiter. Ja. xD Oh Gott, jetzt geht das wieder los. Hey, das war meiner. Tut mir leid. Ich nehm den rechts. Hey, das war mein Treffer. Passiert nicht wieder. Ich wette, ich treffe mehr als ihr. Das schafft ihr nicht. Wer mehr Treffer landet, gewinnt. Okay. Ihr nehmt den da oben. Das war mein Treffer. Meine. Hey, das war mein Treffer. Ich nehm den da. Ich nehm den links. Ups. Ah. Meiner. Meiner. Erwischt. Habt ihr gemogelt? Das sind keine Zauberzielpfeile, oder? Ich hab bisher nur gegen Mogler verloren. Ne, das ist echt. Oh mein Gott, jetzt müssen wir ein riesen Brettspiel spielen. Ah, okay. Wir müssen dieses Ding wahrscheinlich da rausschieben. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Okay, wir haben noch 5 Minuten. Vielleicht kriege ich es hin. Oh, die anderen bewegen sich dann mit. Ach du Scheiß. Okay, den wieder zurück, bitte. Ich schieb's hier lang. Scheiß, was hab ich jetzt gemacht? Ach so, sie schiebt da gegen. Sehr gut. Fast geschafft. Der schon mal da oben. Und der, warte, der da. Sehr gut. Ah, das, sowas kann ich relativ gut. Gar kein übles Team. Eine Sanduhr gefunden. Diese Mission ist wichtig. Nur für die Feinsten aller Prinzessinnen. Mal sehen, wen soll ich wählen? Wen will ich? Vielleicht Prinzessin Graham und Prinzessin Nees. Oh, super. Ich brauche die goldene Eichel und trödelt ja nicht rum. Der Zauber wirkt nur für begrenzte Zeit. Wo sind wir? Sieht für mich aus wie mitten im Avalon-Wald. Wieso kommt mir der Name so bekannt vor? Meine ältere Schwester hat mir mal Postkarten von hier geschickt. Gut, suchen wir diese Eichel. Ich komme mir schon vor wie ein Eichhörnchen. In welche Richtung sollen wir gehen? Sind wir, sind wir, sind wir jetzt Abenteurer? Hilfen wir die Rätsel der Sphinx? Werden wir durch das Labyrinth des Minotaurus wandeln? Gibt es gefährliche Späße womöglich mit Zaumzeug und Schlangen? Können wir gleiche Federn haben? Bitte? Ja, zu allem. Unkontrollierbare Begeisterungsschübe? Sehr interessant. Ich finde es toll. Nach Westen, ganz sicher. Der Westen ist die Richtung des Abenteuers! Oh. Oh, wo ist sie denn hin? Superman. Okay, ich kann mich bewegen, ja. Was für ein Spaß! Riesenspaß! Jetzt geht das wieder los. Alles gut! Nichts passiert! Könnt ihr die Dornen für mich runterdrücken? Ganz genau! Traut! Hier entlang! Au! Ich bleib mal irgendwie immer vor ihr. Das ist mein Spaßgesicht! Ja, ich glaube auch. Au! Au! Jetzt ist sie da drüben! Huh! Nein, jetzt ist sie wieder da! Alter, wie lange ist das? Au! Alles gut! Au! Wir sehen uns dann unten! Wie geil! Oh! Ich wünschte wirklich, ihr hättet mehr von den Dornen entfernt! Oh Gott! Oh Gott! Halt! Nicht schießen! Er hat Angst! Bram! Bram! Ich muss! Nicht abfeuern! Dieser Wolf wird Hackfleisch aus uns machen! Aber er ist so süß! Wartet! Bitte nicht schießen! Ja, ich probiere einfach mal aus, was passiert! Nettes Kätzchen! Gutes Kätzchen! Ruhig! Ness, das ist keine gute Idee! Aha! Dachte ich mir! So! Jetzt sollte es besser sein! Oh! 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 Gut, dass ich abgewartet hab! Ich bin heilfroh darüber! Können wir unser Abenteuer fortsetzen? Auf jeden Fall! Cool! Also, wie kommen wir da jetzt rüber? Wir könnten aus einem Kautschukbaum eine Schleuder bauen und uns damit rüberschießen! Nein! Zu simpel! Schade, dass Avalon keine Brückentrollgilde hat! Wartet hier! Ich hab's! Okay! Oh Gott, was kommt jetzt? Äh, ein Stamm? Und wie bitte soll uns das helfen? Naja, es ist ein Anfang! Ich dachte mir, wir können etwas Spaß haben! Jetzt seid ihr am Zug! Äh, am Zug? Ja! Geht in den Wald und nehmt ein Objekt! Ein einziges! Kommt dann zurück und fügt es unserem Projekt hinzu! Dann hole ich wieder etwas! Oh, vielleicht bauen wir eine Seilbrücke oder eine Rutsche! Okay, jetzt ich! Es ist fast, als wüsstet ihr genau, was ich denke! Ach, wer hat denn das da aufgestellt? Okay, ich bin... Das ist ja sehr, sehr, sehr aufmerksam von denjenigen, der hier, äh, versuchen möchte eine Brücke zu bauen! So, ich würde aber sagen, wir beenden erstmal die Folge und die Brücke bauen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Kings Quest Kapitel 3! Und ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht! Mir jedenfalls! Und jo, dann sehen wir uns! Bis dann! Ciao! Ciao!